Romero, gefangen in seiner Zelle. Keine Perspektive auf frühzeitige Entlassung. Er nimmt seinen Mut und wagt das Unmögliche. Selbst ein Werter kann ihn nicht stoppen. Mit dem Knüppel und den Schlüsseln macht er sich auf den Weg in die Freiheit. Er schreckt von nichts zurück. Doch wird er es schaffen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 für funk, 2017 Musik Musik Musik